Wiiiiiiiiiii Witzige Bugs in meinem Herrnmalspiel Wenn du dich nicht bewegst, macht die Lava kein Schaden Das gleiche übrigens auch wenn du ganz schnell springst Wenn du durch den Basketball stirbst, bleibt er auch im nächsten Kampf Der wird dadurch deutlich schwieriger Oh verdammt Wenn du mit dem Seil unter einen besiegten Gegner geklettert bist konntest du richtig schön rumglitschen Manchmal bist du sogar am Boden gelandet huuuu